Jetzt ist es auch schwierig mit dem Lack zu sehen, mit Trommeln und das ist total schwierig. Und das ist dann auch wirklich für mich, wo ich wirklich vorsichtig fahre, solche Bedingungen. So, das ist jetzt hier Trockenlinie. So, das ist ja gut. So. 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 Hier auch Vorsicht mal bei dem Bach, da dreht sein schon mal ganz leicht weg. Muss auch einer losgegangen sein, da war Dreck auf der Straße. Das war's. Das war das Kurvenlicht, was mir jetzt angezeigt hat, dass es nicht funktioniert. Kurvenlicht außer Funktion stand im FIS. Wir haben auch gerade gemerkt, dass der Reifen noch nicht so richtig wollte, oder? Ja, genau. Hier ist auch noch total schwierig. Also hier kann ich jetzt auch noch nicht richtig schmoren durchfahren. Jetzt hier wieder trocken, dann kommt wieder nass. Hier ist wieder trocken. Ganz, ganz, ganz fiese Bedingung. Hier jetzt auf einmal trocken. Genau, hier ist überhaupt nichts mehr. Hier ist wieder voll nass. Das macht es jetzt auch nicht leichter noch. Das ist die Unfallstelle von hier. Genau. Wo ich eben nass nicht vollstehe, was sieht der Heiner mit seinem TT angeblich schon. Weiß nicht, wer das macht. Hier hat man gut Grip. Vielleicht kommt man an der Stelle, wo man gar keinen hat. Ja, der war ja auch eben ein bisschen am Strauch in der ersten Runde. Genau. Ja. Von da und aus, das war der kurz über den Körb mal abgehoben hat. Oder versetzt hat. Ja, genau. Ja, genau. Und hier kommt jetzt noch die Sonne dazu. Das heißt, du hast null Ahnung, was du jetzt für Straßenverhältnisse vorfinden wirst. Die Kurve heißt Eiskurve. Und das hat auch einen Grund, weil sie nämlich immer glatt ist. Wenn es nur noch ein bisschen feucht ist, ist sie immer glatt. Immer einmal vor dem Sprung über kurz noch die Bremse tippen. Dann lösen, drüber fahren, nochmal bremsen. Auto gerade stellen. Jetzt fühlt sich das wirklich fies an, dann über den Öl. Dann zieht es dich richtig in die Kurven rein, dann brauchst du gar nicht mehr viel lenken. Dann habe ich auch erst beim letzten Sportnaufetraining mitgenommen. Diesen Trick. Da gibt es noch viel Foto dort hier drüben. Ja, müssen wir mal gucken, wo wir die morgen finden, die Fotos. Hier ist es auch immer noch rutschig. Wenn es feucht ist. Fotos machen, habe ich auch eine lange Zeit lang gemacht. Beziehungsweise aber Motocross und Mountainbike dauerlich. Doch mal kurz. Das ist super, dass wir jetzt noch die Saal von Tis.